Ja, das ist der neue Volvo. Ein bisschen eine hippe Glühfarbe. Und jetzt wird es ein bisschen amerikanisch. Ein schöner Schalt. Ein paar Auspuffrohren. Sport und Auspuff. Alles toll gemacht. Innen ist er auch schön. Echtes Leder. Alles nett. Gangster-Kapp auch noch. Eine Sicheranlage drin. Vier Türen. Auch angenehm. Alles schönste ist unter der Motorhaube. Gucken wir jetzt mal rein. Richtig schöne Motorhaube. Alles neu gemacht. Soll es wie ein Jüngerchen sind. Sport bei Aser. Zwei Stück. Ein bisschen lieber bei Aser. Und das ist nicht verleihen. Und das ist nicht verleihen. Rrrr, 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 rrrr. Rrrr, 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 rrrr. Rrrr. Hat er wie eine Ähnchen zu. Die kann man auch ausmachen. Würden wir schön sehen. Ja. Und hinten hat er schöne breite Reifen. Und vorne hat er etwas weniger Reifen. Was war das, Leute? Ich bin gut gegangen. Kleines Rost, aber das wird noch alles blau. Was hier weiß ist, hier hinten wird alles noch blau. Wir würden eigentlich nur das Dach weiß haben. Und dann kommt hier die Fänkschalkappe wieder drauf. Und dann ist sie immer schon wieder. Kein Rost, aber hier wird noch hinten. Das ist schöner. Das ist ein Sparad. Ein bisschen Rost habe ich auch. Das ist ein bisschen schön. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein schwerer Geschenkappe. Und wenn man keine armloadte. удар,krха. Es ist ah,ron.